was geht freunde grüßt euch und willkommen zu einem neuen video des adventskalenders und heute kam das icon pack raus 88 plus mittlere icon oder world cup icon und wir sind wieder back in fifa ihr seht schon lasst gerne ein like da abonniert den kanal freunde um nichts mehr zu verpassen und viel spaß mit dem video so freunde das team sieht so aus aktuell in wir haben wir abgeschlossen für 40 token das heißt wir ziehen sollten während trümmerbruch sage ich euch ehrlich linneka war dann in so einem player pick nach champions drin nimmt man mit ansonsten blende ich euch hier mal ein wie man so ziehen kann aktuell wir werden auch so 45 packs ziemlich aufgespart habe so 50k packs 1 und 35k pack glaube ich da können wir zum beispiel die hier ziehen messi mbappé würde ich nicht nein sagen zu ansonsten jetzt hier noch mal die world cup icons ronaldo eusebio kreuf die hätte ich am liebsten pelé natürlich auch ansonsten hier mittlere icons auch wenn ihr seht die preise geisteskrank ich würde sagen gehen wir in die packs und dann ja das icon pack so dann haben wir hier das seltene mega pack 83 plus ist garantiert ea sports vancouver und ja deutschland zm kai gündogan so gündogan ist in das 87er team gewandert von der icon spc und jetzt mega pack davon tradable italien zm georginio europas fußballer des jahres damals ok freunde dann öffne ich auf süß 350k packs 1 tradable davon gehen wir rein gehen bei rein und werden komplett enttäuscht wieder hilfe gulaschi brudi pack 2 gun nicht mal diese billo team of the tournaments zieht man wisst ihr was ich meine ich ziehe mir zu viele italiener wenn ich da jetzt gleich in der icon spc auch italiener ziehe bin ich komplett gebrochen sagen und das tradable 50k pack deutschland ziv matz niklaus süle damit haben wir die icon spc abgeschlossen freunde wir gehen rein so ihr sports können bitte gönne spielbare karte gönn ronaldo einfach pelé ronaldinho kreuf eusebio.com ea sports bitte niederlande stürmer in dem sinne lasst ein like da abonniert den kanal haut rein in Bis zum nächsten Mal.